Schön habt ihr's hier. Sag mal, wo finde ich denn euer Bad? Gang runter, zweite Tür links. Danke. Tja, ich muss dann auch mal. Oh, ist das cool. Gutes, bezahlbares Wasser für alle. Freie Wähler im Bayerischen Landtag. Nein, zur Liberalisierung der Trinkwasserversorgung. Mensch, sag doch was. Ihr seid natürlich eingeladen.